für einen neuen ort finden plötzlich und unerwartet und keiner weiß es aus spaß müssen wir alle so tun so dieses typische ich bring mir hier ein loch in den berg gucke mein kopf hier ein eine höhle freie sprengt und wer steht in der höhe der kawi danke ein helm stahl und kommt er auf ist er hier da ist konnte du wasser mit auf dem pdr als wir hier drin waren ich glaube nicht doch 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 oder oder aber achi war nackt nein das war ich auf gar keinen fall du nicht du hattest sogar noch ein pelz angehabten synthetischen und eine wolldecke übergeworfen conny was die schreibt er ist war immer noch verpasst du geschrieben kopf nur angezündet er ist noch nicht verbrannt man könnte uns langsamer laufen er flucht doch schon langsam basti ist um 23 uhr er ist daheim basti da basti wien nur mein der Bächke die 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 wir haben immer noch ein paar paar Uhr gemacht hat auch aus dem den auch ein Euro in oder hier hängen Dosen vom Himmel nur mit dem Bisschen das ist für die Falle abgesehen hier ist nur Falle nun der Köln die Katz vor durchrennen war kommen aber war ganz schön riesig die haben sie an fallwasser das ist gemein dass sie hier eine falle eingebaut haben hier hat man eine ratte an eine leiche rumgenagt das wäre jetzt ein schönes bild gewesen aber leider ist die ratte verstorben weil sie denn auf angriff gegangen ist das kann doch wohl nicht wahr sein du bist ja Mist bitte mal weggucken ich bin beim duschen ich guck grad warum hier Wasser fließt oder woher hier Wasser fließt fließt aus dem fluss ich bin beim duschen so viel weg ich gehe verloren das sehe ich jetzt gerade im stream live ich hab doch geducht ich bin in einem hygienisch versierter ja dass jetzt die haut abfohlen einen so wie bei the vikings aus dem das sieht geil aus eigentlich müssen wir das so machen alle müssten nackt und alle sich nackt machen dann müssten sich alles wachsen du willst uns ja nur nackt sehen Marvin du willst uns doch alle nur nackt sehen Marvin nein das hört sich aber so ein bisschen wo kommt das jetzt auf einmal her ich bin entsetzt erik und ich wir sind alleine schon sehr prüde und ralf also der der hat mal prüder geheißen ja ich musste nur mit tausend nackten männern duschen das ist schon schon genug das ist schon genug ja mussten wir glaube ich alle die mal gedient haben er ist schon im bett ich arbeite morgen ach gott der arme ja sag mal sind wir jetzt hier durch oder rennen wir jetzt hier einfach nur im kreis da gibt es nachher einen ausgang und der führt euch irgendwo ganz anders hin nach appalachia er hat er recht genau tatsächlich eine appalachia leute tatsache ne 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 wie kann das denn passieren wie kann das auch und dann los war gleich Richtung Westen weiter und dann kommen wir gleich zu der nächsten Hütte ne 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 dann müssen wir dann werden wir dann wird und wir werden dann dürfen dann können dann ein gut der in der dritte die und müssen er richtig gibt kein Auto er hat muss was ihn nicht dürfen kann sobald ich den Baseballschläger eine Hand habe bin ich eine um um selbst im Bildverzidigsten Falles Dann bleib ich von dir ein bisschen entfernt. Achja, guck, das haben wir auch noch nicht angeguckt. Sag mal, hast du mich jetzt gerade angeschossen? Nö. Nein. Sicher? Nö. 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 Vielleicht? Eventuell. Warum auch? Du hast mich angeschossen. Nein. Warum bist du so rot? Ja, weil du mich angeschossen hast. Du bist mit mir im PVP. Ich hoffe, wir können noch raus. 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 Ich kann ihn nur kurz. Ich dachte, du wärst ne Ameisen oder ne Rote, aber... Entschuldigung. Ohhhh. Hä? Geh mal wieder ein Stück zurück. Zurück? Zurück? Hat jetzt jemand die Katze... Nee, Gott sei Dank. Du hast bei mir... Hä? Hä? Ja, hier ist die Mulle-Katz. Du hast mich angeschossen. Ein weißer Schein hast du. So, und du nen roten. Wie wollen wir das beenden? Geil, guck mal her, guck mal her, guck mal her, guck mal her. Und Feuer. Guck mal her, hier ist es. Halt. Rausfass. Harry, guck mal hier, ne Katze. Ich bin tot, siehste. Ne Mulle-Katz. Der hat mich gemordet... Der hat mich ermordet. Was? Ihr habt alle euren Pessimismusmodus nicht drin, euren Pazifistenmodus drin. Marty heißt die Katze. Der ist drin, Forsten. Der ist drin. Marty. Marty, die Katze. Marty, die Katze. Marty, die Katze. Marty, die Katze. Marty, meiner... Ja, Marvin, der könnte euch nicht anschießen, wenn ihr den Pazifistenmodus eingesetzt habt. Der ist an. Ich schalte nochmal auf und wieder an. Und außerdem ist Tatjana... Ist Tatjana... Ist Tatjana. Dann geht's nicht mal. Warte, wo... Wo... Wo ist die Miezi Katze? So, Thorsten, wenn du bereit bist, sag Bescheid. Warte, ich spiel noch ein bisschen Gitarre am Kamin. Okay. Komm her, Miezi Katze. Ich bin breit. Musi, 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 Musi. Sieht bestimmt lustig aus, ne? Ja. Sieht bestimmt lustig aus, ne? Ja. Ich bin breit. Dann geht jetzt weiter Richtung... Südwesten, aber mehr in den Westen. Richtung Westen. Puh. Südwesten oder Nordwesten. In der Südwesten Richtung. Aber Harry... Es gibt, äh, was Neues. Wenn, man kennt ja... Du kannst ja Haustiere zähmen. Nein. Kannst du auch Katzen zähmen. Erika, deinen Charakter, der keinen Jetpack? Doch. Den sieht man aber nicht. Aber ich kann noch 4 Rennen wie eine Biene wissen. Oh, was ist das? 3 Rennen wie eine Blutswende eindert. Der hat keine Power mehr. um um der Achtung ich falle das ist der Ortgast vor der Schuhe das ist so wie ein Schulausflug wo gehe ich in Eingang der ist aber auch ganz herrlich Ausgang, Marien, denkt dran denkt daran, dass es eventuell der letzte Tür sein kann wo seid ihr denn jetzt überhaupt? beim Eingang das gab es noch nicht folgt einfach Flutsbente, wenn ihr bei uns nicht bist das gab es hier noch nicht, das haben wir auf dem pts gesehen genau, da ist er ja und Conny, brauchen wir auch noch, da ist Conny ja komm, komm, komm komm Conny, komm ja ich hab halt kein ach so was hast du nicht? ich hab nur dann bin ich noch mal für Sorgen nein, das ist die Waffe an sich, die Macht nein so oh, hier ist jetzt ein Todeskreis ich das nicht normal oder so? ich bin jetzt schon einmal komplett durch du denkst du denkst, ist einfach nur geil oh, hier ist ja ein Wasserfall, kannst du ja duschen das ist gut warte, wo, ich will rein komment ne, ist nicht das gleiche ich hätte jetzt beinahe behauptet, das wäre das gleiche der ist aber nicht das gleiche, ich hätte es nur beinahe behauptet na denn sieht doch fast so aus, Conny, hier gibt es auch noch hier gibt es auch noch was schönes, guck mal hier Conny, was ganz schönes für die Nacht superschön hat ein romantisches Plätzchen für euch gefunden? mit Kerzen, ja ich bringe Kultist mit da lege ich mich hin daneben aber ich mach mal eine auf Meerjung... äh, Meerjungf... können Sie sagen, dass wir da schon waren? hier waren wir noch nicht es sei denn, es sei denn... Meerjungfrau innen, bitte oh, jetzt fängt das schon wieder an Thorsten, komm mal hierher ne, also mit der Suppe gehe ich nicht wach guck mal Conny, hier ist auch noch was schönes, was interessantes das habe ich auch erst mal fotografiert, das ist gut gemacht hier man müsste mal kicken, ob man da oben in das Loch kommt wo das Wasser rauskommt das hört sich irgendwie falsch aus ah, du hast aber recht, das sieht wirklich aus wie... das ist cool das ist cool Arjen, mach doch mal Törchen auf oh, Erik ich will, dass das Wasser rot ist fotografiert, Erik aha, ich bin hier drin, ich bin im Loch drin und ich komm hier wieder raus oh, scheiße jetzt kommt... oh oh nein nein ich häng fest wo hängst du denn am besten Bauch soll ich da jetzt sagen das verdammt er liegt er liegt er liegt um bei den Pömpel Erik muss den Pömpel, du musst Marvin da raus saugen verdammt ich lieb dich wollte eigentlich so nachdenken das bin ich los ich brauch dich ich brauch dich ich brauch es nicht ich will nicht ich will jetzt nicht lass mich eigentlich in Ruhe jetzt lass mich doch in Ruhe also man kann nicht sein, dass der der gleiche ist weil der Ausgang ist auch der der gar 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 da hab ich doch gesagt, dass der gleiche der gleiche Ausgang mit der Falle vorne an der 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 Ausgang ja, ihr seid doch auch da unten... nächster Ort Erik, nächster Ort Erik, nächster Ort ausgang auskommen auskommen aus dem westen wo seid ihr denn wo seid ihr denn seid ihr denn was wollte macht sich mit entfernt folgen euch wir folgen euch ist eigentlich euch eine mehrzahl ja könnte sein muss ich da jetzt einspielen die sind ja ganz woanders seid ihr ja ganz woanders aber ihr seid doch ein ganz anderes ihr seid da ganz woanders rausgekommen wir sind daraus gekommen wo wir vorhin reingegangen sind in der höhle das hast du gesagt du hast du hast eine frechheit laufen wir jetzt den selben wege noch mal das ist ein klassenausflug konnie gefährlichst ja das muss ich ja da muss hinterher zu legen hier hätte mal einer nach dem weg gefragt aber nein wenn man mit männern geht da fragt man die nach dem weg wir haben doch dafür bezahlt also die frauen brauchen meine karte ist schon voll ausnutzen ist ja nicht so dass man das jeden tag macht so und weiß er nicht dann ist er sozusagen ein nichts nicht mehr er müssen wenn ich selbst will wenn man einen kopf oder auch ist er verloren oder eine nichts wissere innen in den innen innen konnie ich habe eine ganz entscheidende frage ne da kriege ich euch jedes mal mit ne konnie hast du irgendwas getrunken ich habe euch totales die augen verloren wir sind hier in so einem vor vororten straßen vor ach da ja 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 fucking das gefällt mir aber eigentlich hier eben nicht schlecht gemacht Jung wo ist der kleine niedliche harry Meow 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 He Der ist glaube ich bei der katze geblieben Harrry Meow Harrry Harrich very NE Arrie Alles Gute, hast du die Katze gesehenocolite, ja ne Die Marti-Katze. Was ist denn die Katze? Beim letzten Standort, wo wir waren. Vorletzten. Wo seid ihr jetzt alle meine Teletubbies? Tja. Das ist der Erik. So, wie viele? Hier waren noch ein paar. Die waren noch nicht alles. Hier bei mir oben. Kabuff. 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 Kadera kommt. Er dreht er wieder zurück. Er will uns ärgern. Naja, da müssen wir ja lang. Zack, zack. Achso. Ich hab mir nichts mehr. Ich hab mir nichts mehr. Das Truckerleben nie geschafft. Von hier oben im Norden von euch. Da ist noch... Ach ja, ich seh's krass. Kabuff. Wenn ich jetzt extra gehe, Erik, kommt dann das Pferd? Nur wenn du vorher den Pferdetrank nimmst. Aber der weiße Schimmel kommt dann, ne? Dein weißer Schimmel wird uns begleiten. Na komm, schade. Der weiße Schimmel mit dem langen Pum, Pum, Pum. Komm noch, komm noch, komm noch. Ich seh' dich noch. Ich seh' dich noch. Ich seh' dich noch. Ich seh' dich noch. Du siehst gar nichts. Was macht ihr nur mit mir? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Hier recht ruhig ist auch noch was, Erik. Hier ist auch noch was. Bin ich heute irgendwo in Pfalz? Oh, wo ist das jetzt? Ich voll postal in der Eurobühne. Da bin ich verarschen. Werkt ihr das? Ne. Aber... Da reagieren wir drauf. Der Cyborg. Na denn? Mir wurde gesagt, dass es ein Schuh rauskommt. Ja, ja, ja. So, was hast du jetzt davon? Ofenkäse. Hallo Cyborg. Er ist doch hier, wo die Mieze Katze ist, Katze. Das ist ja ein geiler Thron hier. Na lass ihn, dann lass ihn doch. Wenn er mit der Mieze Katze Spaß hat, da hat Harry ja ein neues Spielzeug. Soll ich den Rollstuhl haben. Wo ist denn die Mieze Katze? Bei der Mieze Katze. Miet, Mietli. Da wo die Katze miet. Das Kabuff ist. Das Kabuff. Aha. Die Kabuff, Buff. Jetzt ist Osch wieder gleich aus, aber nicht gleich. Ist er da ja nicht, ne? Ist er ja nicht da, wo die Katze ist. Aber hier wird bestimmt auch eine Katze rum. Au, 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 au. Geleitete Medi-Mutation. Geleitete Medi-Mutation. Geleitete Medi-Mutation. Geleitete Medi-Mutation. Bei der Ma, Conny, Anblick. Foto, 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 Foto. Foto, Foto, Foto. Da, so, Herr Doktor, da gehen wir mal hin. Mach ein Foto von uns. Mach ein Foto von uns. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. So. Ich würde sagen, wir ihn jetzt hier, 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 hier. Geleit. Geleit, ne? Ja. Geilheit. Geleitheit. Geleitheit. Geleit. Geleit. Geht sein Wagen schon besser? Besser. Ich habe ja jetzt gerade so... Weil du abgedenkt wusst hier immer, wa? Aber mal eine andere Frage, sind wir eigentlich nur live? Wir sind noch live. Und das lohnt sich auch noch. Das ist schön, wa? Ja. Das ist schon wieder 0 Uhr. Lalalalalala. Schön. Schön war die Zeit. Übrigens nehmen wir jetzt schon, äh, Liederwünsche an. Ja, für Weihnachten oder wie? Nein, hat sich gewünscht, schön, dass ihr da seid. Kennt ihr das? Nee. Ja. Das sing mal vor. Nein. Nein. Bitte begeben Das ist jetzt hier so vor Gemeinwester. Nein. Bitte, begeben Sie sich in der heutigen geleitung. Eine spirituelle Reise, zu TARTA. für eine spirituelle Reise, zu TARTA, zu TARTA, zu TARTA, zu TARTA, zu TARTA. G-Licht. Oh, und bitte. Und bitte. Und bitte. Sie aceitez. Und bitte. Sieいく. Meine du jetzt, sie sind behindert, und bitte. Nein, bitte. die die sie auch nicht wir haben dann dort Bärenmentards und dann siehst du so Hattest du es hört? Ja, ich habe gehört Boah, Lexi Die sind getarnt, weil siehst du ja nicht, oder? Ja, ich bin ja auch alleine hier Ihr seid ja alle woanders Das stimmt nicht Gar nicht Doch Ich bin hier alleine Du bist da hinten oben auf dem Bergwahn Aber die lassen mich ja nicht mehr durchkommen Ey, ihr seid doch voll gemein Seid ihr hier Der ist jetzt kaputt im Endhofer Hier habe ich mit Basti immer gestanden Nach dem kaputten Teil Geht die Ohren aus Geht die Ohren aus Keine Sorge, mir geht's gut Jetzt wieder aus Boah, ich knall, boah, ja Harry, bist du immer noch bei der Miete Katze? Ja 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 Hier kommt der Marvin Hier kommt der Marvin, ich habe keine Munition mehr Geht auf der Reise und hat kein Sprit an sein Auto So, sind heute gleich Ja Mein lieber Harry Ja, ja, aber kann passieren Oder hatten Klatten, aber hatten nur ein Vierecke Dratt bei Hehehe Du brauchst dich schon Bergwärts 2 Meter hoch So viel haben wir abgeschossen Ja, aber du hast noch ein Dann, 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 dann Wollen wir danach Feierabend machen Und dann zum Abschluss nochmal auf den Privat gehen Jawoll Ja, 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 ja Ja, 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 ja kommen wir wieder eins ist gut angetastet permanent doch jetzt kommen zwei ja heute erhält sich auf der Europaport und der Metropolitans macht rechtzeitig ein bisschen Intelligenz darum in der Vermögenser Gatling Nein, es ist mir Pfeffermühe. Handbühne. Richtig ist der Pfeffermühe. Das meint wir, Bastio, oder? Ruf zu boppeln, komm lieber hin, Basti. Basti, komm lieber hin. Basti, komm lieber hin. Nichts. Zwei Stunden geht das jetzt. Ich musste kurz huten, weil ich keinen Treibstoff mehr hatte. Oh, sie ist eine Kackstimme. Alles okay, Achim? Achim hat sich gerade verschwunden. Nuh-uh. Basti. Basti. Quack. 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 Warte mal. Quack. Ich bin nicht für der Hari. Hm-hmm. Ähm, das war mir relativ. der da hinten ist voll gemein, der nimmst die Tiere alle weg nein nein so gemein haben wir geschafft würde ich sagen war haben wir gekriegt hin und dann würde ich sagen dann schmeißt wir uns alle zum hausen weiß so dann würde ich sagen liebe freunde wir bereiten uns langsam auf den abschied vor was ich mit zeit überhaupt noch rein er hat zurzeit kein internet hat kein internet deswegen kommt er nicht ansonsten wäre reingekommen das ist das problem bei zwei wochen das ddr strahl ist habt ihr ja nicht im youtube schreiben das macht er mit dem dosentelefon stimmst basti was die schreibt doch gerade wäre ich nicht so knülle würde ich in die hülle in ein würde ich mal rumkommen ja ja basti na klar basti und schuldigung bitte entschuldige